Jo! Hey, J, was's poppin? Wie geht's dir? Ja, easy und bei dir? You already know what's going on, Sugarfoot! Gib mir mal kurz einen Moment. Hey, ich warte kurz. Scheiße! Was denn? Ist das jetzt dein Scheißernst? Was hab ich denn jetzt gemacht? Nee, nicht du. Ich komm in meinen scheiß Account nicht mehr rein. Warum? Passwort vergisst. Wadda mal! Hey, wie ist mein scheiß Passwort? Wadda mal! Sag mal, was willst du von mir? Wieso soll ich warten? Wadda mal! Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Wadda mal! Wenn ich's noch einmal falsch schreib, dann ist mein Account gesperrt. Mann, wadda mal! Was willst du mit deinem scheiß Wadda mal? Das ist dein verdammtes Passwort! Jetzt geht's! Jetzt reicht's! Wadda mal! Wadda mal! Wadda mal! Wadda mal! Wadda mal! Wadda mal! Wadda mal!